happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei bertoc gamble ich spürte mich arena und mir fehlt nur noch 100 a coins dann kann ich mir meinen neuen match holen morgen ist es dann soweit hoffe ich ansonsten übermorgen gut dann spiele ich eine runde oder zwei runden wettbewerb wenn ich zwei gewinne weil ich eine verliere dann drei runden schauen wir mal viel spaß die erste runde ffa geht los und ich starte mit in her weil der am schnellsten was kaputt ist denke ich mal oh oh Oh, ah. Jawel. Und jetzt spiele ich weiter mit ihm. Mit diesen netten Herren. Oh, ah. Oh. Ach nee, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt sind wir, ja, geht's mir einfach hier, den Slinchot. Ah, nein, kann doch nicht wahr sein. Los, komm schon. Schneller nachladen. Jawoll, voll erwischt. Die Spinne, weg ist er. Okay. Oh nein, bin gestankt. Ich glaub, die Runde verliere ich. Schneller aus, Trino Eike. Ach, dritter. Mensch, da hab ich ja noch Glück gehabt. Ich dachte, ich verliere. Schön, schön, schön. Das war die erste Runde. Gold, Silber, Bronze. Okay. Okay. Morgung 5, 5, 5, 5. Gut, dann sag ich mal, jetzt bis gleich in der zweiten Runde. Okay. Und die zweite Runde geht los. Ich fang wieder mit denen hier, damit ich meine Quest halt fertig kriege. Und ich schüpfe mal so nach rechts rüber. Hm, da geht's auch. Oh. Er hat mich gemutet. Okay. Er ist da kippen. Oh. Krieg ich den noch? Ah. Oh. 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 Du hast doch ansonsten eine zweite. Oh, Raketenwerfer. Okay, dann machen wir da hin. Bis dann. Da hinten steht da eine noch. Kriegen wir den, oder? Uh, schnell versteckt er. Bei Klein brauche ich meinen Stun nicht. Ui, das sieht ja mal richtig schön aus. Zwei stelle ich. Uh. Elf. Eine sehr schöne Zahl. Zwölf. Kommt noch einer hierher? Möchte sich noch einer hierher verlaufen? Nein? Keiner? Okay. Es hat sich keine Beste mir verlaufen. Aber zwölf Kills ist doch schön, oder? Damit kann man leben. Also wenn ich FFA spiele, spiele ich meistens mal so, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. Ich verstecke mich mit denen in der Ecke. Da kann nämlich einer von links und von rechts immer runterkommen. Und dann kann ich immer Stunnen und dann kaputtbar. Weil es so kleine sind, wie ihr gerade gesehen habt, die brauche ich ja nicht Stunnen. Die kann ich so locker mit zwei bis drei Schüssen zerschießen, zerschroten. Aber so spiele ich ihn. In der Regel FFA auf dieser Map. So, weiter geht's. Nächste Runde. Ah, erst noch schauen, wie die Punktevergabe ist. Yeah, 502 Punkte. Das ist mal sehr gut. Sehr nice. Dann bis gleich. Okay, zum guter Letzt spielen wir jetzt eine Runde Kontrollpunkt-Einnahme. Oh, Kontrollpunkt. Kontrollpoints. Starte ich mit ihnen hier. Aber eigentlich, immer wenn ich mit denen hier starte, verliere ich zu 90% das Spiel. Ah, schade, ich war es langsam. Ein Kill. Okay. Dann ist er. Okay. Dann ist er. Okay. Sagst du! Oh, einfach mal kurz vor. Fuck! Oh, war mittlere. Ich bin. Ich bin. Ich bin. zu nahe geht's? ok, dann erwischt. gut, jetzt ist er weg. dann gehe ich weiter von links nach rechts zu meinem flippigen mesh. ich glaube, sie wird ein bisschen schneller werden. oder auch nicht. ich glaube, sie wird ein bisschen weiterentwickelt. die aufmerksamkeit auf mich hier ziehen der andere kann den zeitpunkt zerschießen schenken zu tun ok ich kann überlegen stadt hier wirklich damit weiter hinrennt oder nicht ja kommt ich probiere es aus ich habe jetzt ein bisschen auf druck gespielt ist nicht immer gut weiter hat am ende keine mächse mehr aber man kann jetzt zuschauen wie die anderen spielen schau mal was meine mitspieler hier so machen der ball hat hier ein bisschen rum ja der ist der ist gleich dauernd das schafft er nicht mehr schön gemacht so schmerz zum nächsten er verteidigt die base genau den erwischt da die karten ich sehe können die karte auch sehen wenn man auf den dritten platz hätte ich nicht gedacht aber was soll es insgesamt bin ich bestimmt dritter oder vierter schauen wir mal meine punkte verwertung an punkte verwertung wie heißt das genau als dritter insgesamt bin ich auf dem vierten also von den punkten her gut dann würde ich mal sagen das war es auch schon für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video seid bis dahin mit euch viel spaß und auf wiedersehen tschau